Ich glaub nicht, dass ich das kann, Wancho. Mach schon, ist ganz einfach. Du nimmst ihn und steckst ihm den Böller in den... Ach, du weißt schon. Hat der sowas überhaupt? Wie soll er sonst scheißen? Nein, ich will das nicht tun. Das ist fies. Sprengen wir doch ein paar Ananas. Was erzählen wir, Javier? Dass wir ein neues Haustier haben. Cool.